Hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke und heute gibt es ein Review zu der Unsichtbare. Gut, der Unsichtbare ist ja jetzt ein weiterer Versuch, so was wie ein Dark Universe aufzubauen, nachdem der erste mit dem Mühe ja so richtig in die Hose gegangen ist. Und es ist natürlich spannend zu sehen, ob Universal diesmal vielleicht aus den Fehlern ihres ersten Films da in der Hinsicht gelernt haben. In dem Film geht es um Cecilia Cass, gespielt von Elizabeth Moss und die ist in einer ziemlich toxischen Beziehung mit dem brillanten Optiker Adrian Griffin, gespielt von Oliver Jackson Cohen. Und ja, sie muss in der Nacht-und-Nebel-Aktion quasi fliehen, weil sie lebt mit ihm in einem Haus, ist mit ihm verheiratet und er manipuliert sie, er setzt sie ja mit psychischer und physischer Gewalt auch unter Druck, dass sie halt ja einfach nur so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Und es ist natürlich klar, dass sie da auf Dauer das nicht möchte. Gut, in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion, in der sie flieht, kriegt sie Hilfe von ihrer Schwester Emily, gespielt von Harriet Dyer. Und ja gut, Adrian kriegt das zwar mit, kann aber letztendlich nicht viel tun. Zwei Wochen später ist sie halt bei einem alten Bekannten, einem Polizisten, James Lennier gelandet und ja, da untergekommen. Der wird von Aldous Hodge gespielt und sie hat immer noch so Angst, dass Adrian sie verfolgt. Als dann sich rausstellt, dass er anscheinend Selbstmord begangen hat, ist erstmal die Freude groß, so gemein das klingt, aber sie fühlt sich jetzt endlich wieder sicher. Bis dann, kurze Zeit später, ein paar seltsame Dinge passieren, die sie glauben lassen, dass ja, Adrian irgendwie wohl doch nicht so ganz tot ist. Da wir jetzt hier mit der Unsichtbare ja nicht nur eine Neuverfilmung eines Klassikers haben, sondern halt auch wieder einen Neuversuch, das Dark Universe vielleicht einzuleuten, stehen natürlich zwei große Elefanten im Raum. Einmal das Dark Universe. Die Idee finde ich cool und ich verstehe auch, dass Universal quasi aus ihren alten IPs nochmal Kapital schlagen möchte und das Potenzial ist da, definitiv. Nur weder Dracula Untold, der ja quasi inoffiziell hätte ein Startschluss sein können, noch die Mumie, gerade die Mumie nicht, waren dafür überzeugende Versuche. Beides keine guten Filme, wobei die Mumie nochmal bedeutend schlechter ist und wirklich mit der Brechstange versucht hat, hier ein Cinematic Universe zu kreieren. Hollow Man, also Hollow Man sei schon, der Unsichtbare, The Invisible Man hat das Potenzial, aber er macht einen entscheidenden Fehler nicht, den die Mumie gemacht hat. Er konzentriert sich tatsächlich erstmal auf den Film an sich, auf die eigene Story und ja, so viel Spoiler ich mal, lässt natürlich Potenzial offen, dass da mehr kommen kann. Ohne, dass es ein reiner Sequel-Bait ist, der einem wirklich auf den Sack geht. Und ohne, dass er hier gleich die Werwölfe, Dracula und alles mit reinbringt und eine große Geheimorganisation, dass das, ja, dann einfach nur beknackt wirkt und man sich denkt, what the fuck. Der zweite Elefant ist natürlich, wie setzt das Ganze sich von den anderen bekannten Verfilmungen ab? Nehmen wir hier vor allem der Unsichtbare von 33, der Geschichte von H.G. Wells und natürlich dann, ja, Hollow Man, wobei Hollow Man ja auch schon ein bisschen umstritten ist, der 2000er-Film. Und ich sag's mal so, Leigh Whannell hat sich hier definitiv was einfallen lassen, dass das nicht einfach eine Carbon Copy dieser alten Verfilmung oder des Buches ist, sondern dem Ganzen tatsächlich ein paar neue Aspekte abgewinnt. Man muss Leigh Whannell hier erstmal auch ein großes Kompliment geben, dass er der Geschichte quasi, ja, einen neuen Kontext gibt. Vorher war es ja eher eine Mad Scientist-Geschichte und das bleibt es im Kern auch noch, denn Adrian Griffin ist ein, ja, Wissenschaftler und schon ein bisschen wahnsinnig. Das Ding ist, bei den anderen Verfilmungen, wie der Unsichtbare oder Hollow Man, haben wir eher mit jemandem zu tun, der durch die Unsichtbarkeit Macht besessen wird. Und hier haben wir jemanden, der vorher schon Macht besessen ist und die Unsichtbarkeit ihn nicht dazu macht, sondern, ja, der wirklich ein Arschloch ist und hier das Ganze nutzt, um erst recht seinen Willen durchzukriegen. Das ist also auch schon mal ein großer Unterschied und, ja, ich fand auch das Grundthema hier mit der toxischen Beziehung zwischen Cecilia und Adrian sehr interessant. Ist natürlich durchaus noch ein aktuelles Thema, passt auch in den aktuellen Zeitgeist rein, dass man das hier mit thematisiert. Und ja, Leigh Whannell schafft das auch ziemlich vernünftig, dass man hier mitkriegt, was das für Auswirkungen auf Cecilia hat, mit, obwohl sie sich befreit hat aus dem Ganzen, ne, sie erstmal immer noch drunter leidet. Und da das irgendwann auch der Punkt erreicht ist, dass hier keiner tatsächlich glaubt, dass, ja, Adrian sie jetzt da verfolgt und das sie quasi, ne, für viele eben einfach nur noch ist, ne. Und, ja, wie gesagt, ein paar Problematiken dieser ganzen Thematik werden da echt mit angesprochen und das ist für einen Horrorfilm gut, wenn man sowas auch mit einbaut und den ganzen, ja, ich sag mal, ein bisschen Anspruch verleiht, anstatt, ne, hier einfach nur, ne, wieder diesen Mad Scientist, der unsichtbar ist und jetzt, ne, dann nach und nach dem Wahnsinn verfällt. Und, ja, klar, man muss hier sagen, es ist eher ein psychologischer Horror mit diesem Sci-Fi-Einschlag, ne, wie das mit der Unsichtbarkeit zustande kommt, aber Whannell geht das clever an, anstatt hier mit, äh, relativ schnell mit irgendwelchem Hokus-Pokus zu kommen, dass Sachen durch die Gegend liegen und irgend so ein Quatsch, ähm, hat er hier wirklich eher mal erst dieses, Cecilia ist noch traumatisiert von dem Ganzen und, ja, leidet ein Stück weit unter Verfolgungswahn und, ja, bis sich das denn löst, als dann rauskommt, Adrian hat Selbstmord begangen, ja, ähm, danach fängt Whannell subtil an, ne, in einer Szene, als Cecilia zum Beispiel draußen steht, ne, es ist kalt, man sieht das, ne, man sieht ihren Atem beim Ausatmen und, da muss man schon aufpassen, um zu sehen, dass hinter ihr dann auch so ein Atem, ähm, erscheint. Nun, das sind kleine, so viele Tricks, die unterbewusst sicherlich jeder mitkriegt, aber vielleicht gar nicht so nach Mutter, hey, da war doch was. Das spielt schon so ein bisschen auch mit der Psyche des Zuschauers, dass man denkt, hab ich da jetzt was gesehen? Andere Szene, hat sie hier jetzt tatsächlich den Herd ausgemacht oder nicht? Da gerät man ein bisschen ins Zweifeln, ist da jetzt wirklich was oder bildet sie sich das noch ein und das wird gut auch auf den Zuschauer übertragen hier, je nachdem wie aufmerksam man zuschaut, versteht sich. Aber gut, und das steigert sich dann halt auch bis, ne, erste konkrete Beweise für den Zuschauer da sind, da ist ein Unsichtbarer, ne, bis das dann wirklich auch in, ich sag mal, ja, physische Interaktion eskaliert. Gut, in der Mitte gibt es auch einen kleinen, ich will nicht Katze, einen kleinen Break, wo Cecilia denn quasi für alle wirklich einfach nur noch ist. Ich will hier nicht zu viel spoilern. Von da an arbeitet es aber auch auf den Showdown hinaus und auch hier ist eine permanente Steigerung da, die wirklich gut funktioniert und, ja, wirklich dann in einer spannenden Auseinandersetzung endet, die letztendlich aber auch dafür sorgt, dass Cecilia nicht mehr die kleine, traumatisierte, eingeschüchterte, ja, Dame ist, sondern wirklich auch hier ein Stück weit Stärke dazu gewinnt und zurückschlägt. Und das funktioniert alles wirklich wunderbar und ist sehr spannend gemacht, auch wenn UNL nun sich durchaus auch ein bisschen Zeit lässt, das kontinuierlich aufzubauen, anstatt gleich, wie schon gesagt, mit dem Hokus-Pokus anzufangen und ja, nur auf lahme Horror-Schauwerte zu setzen, da geht er hier wirklich wesentlich besser vor. Das alles würde nichts bringen, wenn die Darsteller hier nicht überzeugend wären und ja, es gibt viele Horror-Filme, da ist es relativ egal, ob da jetzt wirklich schauspielerische Glanzleistungen vorgetragen werden oder nicht, weil die andere Schauwerte haben. Da das hier natürlich sehr psychologisch auch vorgeht und ja, gerade der Schrecken von Cecilia und dieser Wahnsinn oder Nicht-Wahnsinn von Cecilia eine Rolle spielt, hängt natürlich hier sehr viel an Elisabeth Moss, wie sie das rüberbringt. Und ja, der Supporting-Cast macht das ganz gut und Moss ist wirklich hier, geht hier voll auf, bringt das großartig rüber. Auch diesen Character-Arc von dieser verschüchterten, traumatisierten Frau, die aus dieser toxischen Beziehung ja ausbrechen möchte und ausgebrochen ist und ja, jetzt langsam erstmal ihr Selbstwertgefühl, ihr Selbstbewusstsein ja entwickeln muss, auch wenn hier der Unsichtbare dagegen arbeitet, dass sie das kann. Ist wirklich klasse gespielt und ja, wie gesagt, gerade wenn man das Thema so einen schleichenden Wahnsinn eventuell hat oder halt auch nicht schleichender Wahnsinn, aber gut, muss ja auch für die außenstehenden Nebencharaktere so wirken, als ob sie da hier langsam wirklich wahnhaft wird. Wenn man das nicht, ja wirklich, da eine Punktlandung hinlegt, dann wirkt das schnell lächerlich und das schafft Moss, dass sie hier nie ihren Charakter der Lächerlichkeit preisgibt und von daher klasse gemacht und wirklich auch wichtig für den Film, dass der dann auch unterm Strich so gut funktionieren kann. Als Fan der alten Universal-Filme war ich natürlich riesig gespannt, wie dieser Film wird und nachdem die Mumie so enttäuschend war, aber Leigh Whannell legt eine Punktlandung hin. Der Film ist spannend, er ist wirklich auch recht subtil im Horror gemacht und steigert sich kontinuierlich. Er ist gut gespielt und vor allem auch sehr, sehr schön, dass Whannell dem Ganzen ein paar neue Aspekte abgewinnen kann, ein paar neue Perspektiven hier einnimmt, die dafür sorgen, dass der Film tatsächlich in der heutigen Zeit auch wieder relevant ist und besonders schön, er verzichtet auf diese tonnenweise Jumpscares, auf die die meisten Horrorfilme sich heute, ja, zurückfallen lassen. Von daher definitiv eine Empfehlung und ja, so darf ein Dark Universe weitergehen mit einzelnen Filmen, bis das Ganze immer zusammenläuft, denn ich glaube, da könnten alle besser mit Leben als mit Dracula Untold oder die Mumie. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.